einen crazy zu finden herzlich willkommen zu dead by daylight wir spielen wieder als killer und natürlich als racing aber nein als michael meyers ich vertausche die namen aber so ein jason wäre auch cool und freddy auch also haut doch mal mehr film sachen rein aber gut wir sind gerade im lade screen startet jetzt das spiel und zwei tage keine videos wie gesagt habe ich auf twitter angekündigt und heute komme ich wieder zum aufnehmen also kommt heute auch wieder folge dead by daylight und später dann overwatch wenn kurz zu overwatch auf twitter habe ich gefragt was ihr gerne sehen wollt einfach mal auf den tweet antworten dann hat sich das schon gut ich würde sagen wir begeben uns dann mal rundherum herum so da knallt der erste generator und da ist der erste auch schon den greifen war an der war mutiger und hat länger nämlich so durchgehalten am generator und hat eine zuschendampe das gefällt mir schon mal gar nicht deswegen bewegen uns einfach auf den zu schneiden den weg ab und haben ihn gut dass der da lang gegangen ist so hoffentlich kein strike da ist doch direkt der haken an dem sind wir nämlich vorbei gelaufen dann hängen wir dich schon mal hier auf sehr schön da war einer hey dich lassen wir entkommen weil bei dir lade ich halt auf ich weiß jetzt ungefähr wie das anscheinend zu funktioniert wir haben den entkommen lassen ich will ja drei aufladungen mindestens zwei aber leider ist er jetzt weg shit die aufladungen sind zwar cool aber ich glaube wenn ich mich immer auf die aufladungen konzentriere wird es schlimmer und ich verkack dann recht schnell der generator hat dir jetzt so oft gefällt schade ich folge ihr läufst du links läufst du rechts ne du läufst genau mich hier lang ja du bringst mich genau zu ihm hier das finde ich super gut bin gerade ist aufgestanden muss ich dazu sagen sorry dafür dann bin ich mir ein bisschen zu nehmen verpeilt so es ist die aufladung wieder weg aber gut der hängt da ganz geschillt und hat versucht zu entkommen jetzt machen sie den oh hi sehr schön dass du es nicht kaputt machst das finde ich sehr freundlich und dass du in meine richtung läufst dass ich dich jetzt hitten kann wow war das knapp sehr schön sehr freundlich vielen dank direkt am haken hänge ich dich dann auch gerne auf kein problem mache ich doch super gerne tschüss gut die anderen sind in die richtung so dem folge ich jetzt weiter jetzt hole ich mir meine aufladungen brauch das geräusch einmal zwei aufladungen werde schneller schade sound kam nicht war nicht nah genug ran komm ich will alle drei aufladungen danke so du warst noch nicht auf dem haken das problem ist das nämlich dass jetzt eine aufladung weg ist aber hey die aufladung kriegst du jetzt wieder doch nicht das ist jemand anderes shit nur noch eine aufladung wo lang ist der da lang shit nicht drauf geachtet aber da läuft da so ist das jetzt ihr ernst so sowas hasse ich ja beim disconnect ne oh hey wir stalken den ein bisschen so fast stufe 2 schade dass du den nicht angefangen hast echt unfreundlich mein freund so dann hätten wir den da ist ja schon der haken für dich freu dich du bist beliebt und hängst auch schon hm der ist tot sehr schön und noch zwei sind da problem ist die generatoren sind fast alle fertig die machen es gut aber ich werde es besser machen den haben sie gemacht okay da hinten da hinten sorry bra du liegst der typ hat mich gesehen der wollte dich sogar mal an hier ist nur kein haken wir müssen nach da hinten verarscht so der andere müsste hier noch irgendwo sein nur noch der mit dem fluch auf sich also mein ziel ich bin besessen von dir wo bist du die luke ist noch nicht offen das problem ist jetzt nur einen zu finden wird schwer sein aber wenn ich ihn gefunden habe wird es schwer für ihn zu finden und wenn er einen generator macht weiß ich ungefähr wo er ist dann muss er aber nur noch die luke finden das ist auch so das problem jetzt muss man überlegen finde ich ihn zuerst oder kriege ich ihn erst wenn er die luke hat so viele generatoren muss er nicht mehr machen oder nicht viel dran machen weil die meisten ja schon echt weit sind also wo bist du da bist du da bist du da bist du da bist du So. Komm, da haben wir die drei Sachen. Sehr schön. Ich wollte dich runterziehen. So, jetzt stellen wir dich hier hin und du darfst den Generator machen. Mach doch den Generator. Ja, dann nicht. So. 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 Ach, geil! Ich war heute freundlich, mal wieder. GG. N.P.A. No Problem, Bro. Disconnected. Er hat natürlich jetzt hier richtig Punkte gescheffelt. Mehr als ich, aber hey, war gut. War ein nettes Spiel, ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, bleibt crazy. Tschüss!